Guck mal hier, ich habe für meinen neuen Kumpel auch was zum Essen hier abgegeben. Das ist voll geil. Genau, der frisst. Ja, der hat das Fleischstück hier mitgenommen. Und hier, mein neuer Freund, und zwar diese Maus. Die hat sich mehrfach blicken lassen und ist immer wieder zu mir gekommen. Hier, zu meinem Campingkocher. Und hat diese Reste, was ich irgendwie fallen gelassen habe, hat da immer wieder aufgesammelt und mitgenommen. Und da war auch ein bisschen Fleisch dabei. Und ich glaube, dieses Beef-Fleisch, das liebt er einfach. Naja, das findet er richtig geil. Aber eine Sorge habe ich. Und zwar, ich weiß aus Erfahrung, dass Mäuse, die in ihrem Leben irgendwie Fleisch gegessen haben, bissig werden können. Also sprich, wenn man die anfasst, dass die beißen können. Falls mein neuer Freund irgendwie zum neuen Feind werden sollte, dann könnte es sein, dass der meine ganzen Ohren und meine Nase und meine Lippen und was weiß ich was hier aufresten könnte. Weil nicht, dass ich morgen irgendwie ohne Nase oder so aufwachen tue. Das wird mir nicht gefallen.